So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Catherine. Wir nähern uns ja jetzt langsam dem sicheren Ende. Und das heißt, auf zum Finale! Wir schaukeln das Ding schon. So schwer kann das nicht sein. Die neunte Nacht. Ah, stimmt. Das müssen wir jetzt ganz alleine antreten. Wow. Das Imperium. Erste Etage. Das ist eine Straße, die sich drei Wege teilt. In Ordnung, das heißt... Ich glaube, vier oder fünf müssten es sein. Gut, dann wollen wir mal... Erstmal den da aus dem Weg räumen. Und... Das Buch werde ich wohl hier in diesen Leveln sehr gut brauchen. Okay. Ich glaube, es ist cleverer, darüber zu gehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich muss gucken, dass ich diese mysteriösen Blöcke nicht unbedingt benutze. Weil das könnte mir sehr schaden. Schaden. Fuck. Viel Zeit habe ich nicht. Ah, Mist. Okay. Perfekt. Na, dieser komische Typ, der kommt mir langsam zu nahe. Oh, nicht cool. Nein. Erstmal so rum. Oder? Ja, ich muss jetzt, glaube ich, dringend nach da drüben. Nein! Du verdammtes Arschloch! Ich komme nicht weiter zurück. Oh, Mist. Geh da weg! Du Arsch! Fuck! Nein! Ah! Mist! Ich hätte doch diesen Typen erstmal vernichten müssen. Vom Kontrollpunkt aus ist mir jetzt egal, ob ich Gold kriege oder nicht. Okay, ich muss diesen Typen als erstes erledigen. Genau, perfekt. Dann kommt er mir auch nicht in die Quere beim Klettern. Und ich glaube, ich werde jetzt auch nach drüben wechseln. Sehr gut. Und dann... Oh, da steht ja noch einer! Wieso denn das? Krass! So. Jetzt kann der Arsch mir auch nicht mehr in die Quere kommen. So. Den hier... Cool wäre es, wenn ich jetzt nochmal eins noch da drüben konnte. Ich glaube, das dürfte mir sehr hilfreich werden. Oh! Okay, das war nicht so clever. Dann ziehe ich den hier raus. Das ist auch, wenn das... Irgendwie so ein beschissener... Oh! Bombe! Bringt mir hier jetzt aber nicht so viel. Okay. Ich bleib erstmal hier auf dieser Strecke. Ich muss nach drüben. Ich muss nach drüben. Mhm. Dürfte... Äh... Nee, klappt leider nicht so, wie ich mir vorgestellt hab. Ähm... Ähm... Edge. 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 So. So. Äh... Okay. Nein, das war auch nicht so clever. Ah, das ist viel Denkerei. Und der soll auch den richtigen Block nehmen. So. So müsste es aber klappen. Nee, so. Ja, na also. Man muss doch nur wollen. Okay, ich habe es. Okay, ich habe es. Okay, ich habe es. Ähm... Edge. 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 Right, okay. Edge. All right, I got it. All right. Gupi. Ähm... Aber ich muss trotzdem irgendwie weiter da hoch. Das heißt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als so hier weiterzumachen. Und zu hoffen, dass es hinten... Ja, das reicht aus. Perfekt. Äh... Yo. Nee. Fuck. Edge. 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 Scheiße. Könnte ich ja jetzt schon die Krise kriegen. Mist. Hä. Okay, da... Das muss ich nochmal versuchen. Da hatte ich irgendwie gerade einen unglaublich übelsten Denklinger. Ich habe es. Ich habe eigentlich gehofft, dass der da oben jetzt runterfällt. Edge. Hm. Edge. Edge. War auch nicht so clever. Okay. All right. Edge. Obwohl ich ehrlich gesagt sowieso gerade nicht so ganz kapiere, was ich überhaupt tue. Edge. All right, I got it. Edge. 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 Hm. Vielleicht doch nicht so ganz blöde. Ja, oder doch. Jetzt hänge ich nämlich fest. Okay. Und das hier rüberholen kann ich ja trotzdem. Warum fallen diese Drecksdinger eigentlich immer runter? Ja. Genau so. Und jetzt... Boah, das Konstruktiv wird aber abenteuerlich. Okay. Ich habe mich wieder voll verfahren. Ich habe mich wieder voll verfahren. Nein! 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 Ah, so rum könnte es uns... Boah, es hat aber jetzt eine Ewigkeit gedauert. Hui. Hui. Ja, ich weiß, leider. Ab hier fange ich an, immer in den ganzen Zwischendingern zu speichern. Weil sollte ich irgendwann so oft abschmieren, dass ich die Beherrschung verliere, müsste ich ja auch einmal eine Pause einlegen können. Aber immerhin befiegt mir jetzt hier auf leicht. Also müsste das eigentlich... müsste ich das packen. Das stimmt. Würden Sie alles tun, um Ihren Partner zurückzubekommen? Normalerweise würde ich sagen, vielleicht nicht alles, aber zum Wohle des Endings sage ich natürlich. Du bist wunderschön. Aber nur weil du sie wieder sehen kannst, kann man nicht so gut gehen. Sei bereit, doch. Du hast ihn... Du hast ihn. All das Wunderschöne, dass die Person, die mich hier nahe war, wie es ein Freund oder Lieber war? Wenn es nur der Bar-Tender war? Nur der Bar-Tender? Ich kann nicht sehen, aber ich bin ein Gott. Ich werde sowas von noch leben. Ich sterb nicht so einfach. Ich packe das. Er hält Ergebnisse. Andere Spieler haben geantwortet. Das ist gelogen. Definitiv. Zweite Etage. Oh nein, ich hasse diese Blöcke. Die sind so fies zu mir. Ja, ich bin sowas von ready, Mann. Okay. Irgendwie muss ich es schaffen, Heile da hochzukommen. Oh, das war ja noch. Knapp. Nein. Fertige Richtung. Okay. Ah, richtig. Genau. Ich erinnere mich. 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 Auch wenn ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr weiß, wie ich genau... Ah, doch. Richtig. Genau so war das. Ach, perfekt, dass du dich schon so hinschiebst, wie ich dich benötige. Mann, dankt. Und dich ist es nicht schade. Ah! Richtig. Die werfen mich ab, wenn ich auf denen stehe. Ähm. Jetzt muss ich das natürlich alles ein bisschen verschieben. Zwei Stufen erklettern. Ja, das werde ich benötigen. Hm. Okay. Aber jetzt brauche ich das ja noch nicht. Du Dreckstyp, geh doch da weg! Komm nur her! So, damit hätten wir den ersten schon mal. Der kommt ja schon wieder. Ich muss dich ein bisschen zubauen, mein Süßer, damit du da nicht nochmal hochkommst. Perfekt. Reicht. Ja, doch, das müsste... Jetzt muss ich nur letzten Endes das hier doch wieder da hier wegschieben, weil ich sonst hier nicht weiter nach oben komme. Das müsste dich eine Weile aufhalten. Zumindest hoffe ich das. Bei dem Typen werde ich natürlich jetzt so schnell nicht los. Ähm. Id. Hoch. Ooh. ihn Close! Das ist ein Werkzeug. Ist das schon geschehen? Es hat sich schon gut gehen. Es geht sogar um die Weile nach oben. Alles! Dann bis rechtssey ist, ver%ah. Das ist Das heißt, weit ist es nicht mehr.